Hallo, ich bin der Philipp von Einhorn. Ich habe ganz viele Videos im Internet gesehen und da wird immer erklärt, wie Sachen ausgepackt werden. Und das heißt Unboxing. Und ich habe gedacht, heute machen wir bei Einhorn genau das. Wir machen eine super crazy Unboxing-Challenge-Experience-Hall. Hashtag Miami, Hashtag It's Super Delicious. Hier unterbauen liegen die Geschenke. Das ist bei Einhorn auch so. Und jetzt liegt hier unterbauen dieses Christmas Special, was es bei uns im Shop gibt, für 39 Euro. Und jetzt ist hier oben, im Christmas Special, ein bisschen Schenkpapier. Und zwar einmal den weihnachtslitischen Jugendpfeil. Das ist rot. Und es ist echt rot. Und da sind hier so kleine Erdmännchen drauf, die wollen gerne Einhorn rein. Und dann gibt es hier noch eine andere Version. Und das ist die Versaut-Version. Das ist die offensierende Woche wahrscheinlich. Die nicht Unboxing-Version. Da sind viele verschiedene Kimmelbrüste und ganz viele Unterwäsche drauf und so. Sau-mäßig unanständig. Dann geht es weiter mit Postkarten. Und zwar sind hier vier Postkarten sind in jedem Christmas Special drin. Hier eine zum Verschicken. Also das ist eine ganz normale Postkarte. Da hat man direkt, kann man seiner Oma oder der besten Freundin oder dem besten Kunden, kann man dann eine Postkarte, eine Grußkarte. Hier ist das für den Baum. Die schneide ich gleich aus. Das sind nämlich Christbaum-Glocken. Die gibt es auch als Christbaum-Glocken. Von der Postkarte gibt es zwei verschiedene Versionen. Dann gibt es hier, wenn man es richtig verkackt hat, dann braucht man einen Gutschein voll dringend. Und den haben wir hier auch. Da steht dann im Fakt drauf. Und dann haben wir hier noch das All-in-One-Schon-Fertig-Paket. Das ist auch Fakt des Christmas. Und dann sogar schon mit Briefmarke. Da braucht man wirklich nur noch zum Briefkasten nach. So was ist hier noch drin? Hier sind Sticker-Bogen drin. Das habe ich das letzte Mal gesehen, als wir in der 5. Klasse waren. Als wir so Stoff-Sticker und sowas irgendwie gegenseitig getauscht haben. Und zwar sind hier so Sticker drauf, die man auf Geschenke und sowas draufkleben kann. Also wenn ich jetzt hier irgendwie... Ich packe gleich mal eins ein. Dann können wir jetzt mit Stickern so massazieren. Naja, also der Schneeball ist ganz schön unentscheidend, muss ich sagen. So, das ist alles auch drin. Hier sind jetzt 6 Sticker. Die sind alle gleich. Und was damit auf sich hat, das sind hier kleine Erdmännchen. Das gibt es nur in diesem Weihnachtspaket. Und zwar ist das Erdmännchen, das wir da sagen, vorn auf die Packung klebt. Nämlich, da ist ja das Einhorn drauf und das Erdmännchen hat eine Story. Das Erdmännchen will nämlich auch ein Einhorn sein. Und deswegen stellt sich das immer so unter das Einhorn. Jetzt könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr hier diese Packung nehmt, dann könnt ihr so da draufkleben, dass das Erdmännchen eben einhorn ist. Also das ist dann der ganze Inhalt von diesem Christmas Special. Da sind 7 Tüten Einhorn-Chips, a 7 Kondome. Hier hinten ist auch noch eine Anleitung drauf, dass man damit alles machen kann. Und wie die funktionieren. Das erklärt euch vielleicht mal in einem separaten Video, wie das funktioniert. Oder ich kann auch mal ein Video machen, in dem ich euch mal live vorführe, wie die Teile funktionieren. Auf jeden Fall sind das hier diese fairen, veganen Design-Kondome. Und die sind natürlich auch mit uns in einer Christmas Special. Ah ja, in jedem 7. Christmas Special. Das ist so eine handgemachte Fernseher. Das sieht man hier auch, guck mal. Da hat wirklich das ganze Einhorn-Team für die ganzen Zwickle. Jeden Tag sitzen wir hier und gießen da hinten an der Gießstation. Bauen wir selber Kerzen für unsere Paketplätze. Die sehen nur so ein bisschen aus wie Pimmel. Da gibt es auch richtige Pimmel. Und hier ein blauer und rosa. Kleiner Maiskolben. Oder hier ein Mini-Gürkchen. Und das ist wie beim Überraschungsrei. In jedem 7. Na, was ist das? In jedem 7. Christmas Special ist eben auch so eine Kerze. Der Penis brennt. Also ihr seht, hier ist der ganze Tisch jetzt voll mit diesem Kram. Ich hab noch was vergessen, da ist noch was drin. In jedem Christmas Special sind noch Buttons drin. Mit denen ihr die Christmas Message nach draußen tragen könnt. Von den Buttons gibt es so 20 verschiedene Designs. Und da steht eben drauf, Love is Christmas oder auch manchmal Fuck is Christmas. Oder Fuck is Xmas. Je nachdem, wie man halt gerade drauf ist. Die Message soll sein, dass anderen Weihnachten nie wieder machen sollen. Genau, was ich mal machen heute ist, ich hab hier noch ne Schere. Zeig euch mal. Kann ich mit diesem super Geschenkpapier natürlich. Mal gucken, wie groß hier so ne Packung ist. Dann krieg ich eine Packung hier easy. in so eine Parzelle verpackt. Ich schneide das mal eben aus. Dann hat man nämlich, das ist nämlich so ein bisschen der Gap bei diesem Christmas Special, da kauft man ein Paket und hat für komplett Weihnachten alle Geschenke zusammen. Hier nimmt man Festika drauf. Eine Aufmerksamkeit. Und wenn man das? Ja. Na das ist ja gut, wir machen das. Guck, und jetzt sagt das Erdmännchen Merry Christmas Willis. Ist ja total easy, da hat man direkt sieben fertige Geschenke und ich hab jetzt von dem Geschenke und ich hab total wenig verbraucht, also da ist noch fast alles übrig. Ich hab nur eine Ecke, also könnte ich sieben packen und easy einpacken und dann ist sogar noch was übrig. Ich hab auch schon überlegt, man könnte es sich auch aufhängen als Puster, sieht da irgendwie ganz lustig aus. Ich wollte euch einmal die Glocken ausschauen und zeigen, wie das aussieht. Zack, fertig. Weihnachtsglöckchen. Soll ich fertig? Ah, nein. Wirklich. Ja, also, ich wünsche mir das Special ist jetzt leer, wir sind alle mal wieder drüben. Viel Spaß und fröhliche Gemeinde. Bis zum nächsten Mal.